Oh, okay. Let's go. Okay, let's go. Digga mit Headwobble. Bro, warum hat das alles solche schönen Animationen und sowas? Ah, ich hab was aufgehoben. Ich hab was aufgehoben. Feuerzeug, ich hab Feuerzeug aufgehoben. The painting is titled The Last Pizza Party. Oh, Junge. Junge, ich krieg auf den Sack. You died to the ice. They don't like to be stared at. Wait a minute, bleib mal hier, bleib mal hier, bleib mal hier. Guck dir mal das Bild an. You stupid. Nein, nein. Was 9 plus 10? 21. Oh, Junge. Oh, naa. Okay, du. Oh, Junge. Oh, Junge. Ach du Scheiße. Willst du die dead? Dann geh ich wieder mal raus. bist du im schrank bist du musst jetzt einfach zu sehen jungen was ist da siehst du das das sind augen vor dir ich dachte ich dachte er will keinen augenkontakt deswegen mache ich keinen augenkontakt der schrank ist umgefallen oh ja er kommt stark hast du ihn gehört vorher schon irgendwas hat sich komisch angehört ich bin ganz ehrlich irgendwas hat sich hellsaucey angehört danach wurden wir letztes mal gesehen dass du das gemacht hast ne jo rein rein stark sehr stark oh gott warum gucke ich das an ach du musst die bilder richtig platzieren wie die gehören das runde an den runden und so weiter ist kein auge bohrt das ist ein auge ist das spooky du siehst es auch bei dir so auf dem bildschirm so rammig auftick an ja ja so richtig cracked jungen das f*** mich oi jungen jungen der raum ist zu lang oh junge bro what oi jungen was sind jetzt los ich raste aus jungen was sind das hier rechts 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 was du hölle oh mein gott bro das ist roblox fucking roblox ich bin nicht da jungen 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 what the hell oh shit room 50 da gibt's da dicke Tür ach du scheiße das ist das monster von ding das ist das für ein bastion wir ballen die ohren weg jetzt was geht oh er hat dich oh er kann doch immer der gott los sein naja schon boring as fuck wenn du schneller bist als das monster da ist es ja das ist halt nicht einfach oh mein gott